Halt, glaube ich, ja. Ist meine Liste überhaupt poppen? Selbst Goldrüstung leuchtet, was ist das für ein affiger Müll? Alles klar. Ich glaube, pro Ebene waren 595 Stück. Super. Ja, ne? Ist ja voll nicht lustig. Toll. Super lustig. Nee. Jetzt die Tron werden bei mir nicht reiten. Hm, ich hör was. Wenn sie sie gehen, ist mein Freund. schade schade schokolade ist auch nicht so irgendeinem so richtig bock drauf hast ja die trinkschokolade ist auch gewesen was das schön warme milch fertig und dann tun sie das ding perfekt nein es ist nicht behindert und bin ich behindert darum doch ist doch kein grund mit ihr weil du es einfach bist ok ok nein das macht mich schon traurig mir doch egal ok 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 das ist falsch oh ich sonde hier hopp hopp äh 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 schaden nein hab ich nicht äh 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 klar nein das weiß es sogar jeder das weiß doch jeder aber nicht immer doch wenn ich leuten zwei lag das fett und schleimig wir ihn uns border in der nähe und wo wir nicht keine ahnung es ärgert mich so etwas hier ja schilder jetzt von ein deutlich zu viele zwei es gibt auch hier wie heißt es der mod mit extra utilities da gibt es ja diese magnum torch ich glaube ich in dem und dem radius ja keine monster ja die finden dann da nicht verspauen ja aber dann findet es von halt wieder na wo man wieder in der breite na ja klar könnte man ja ich hab was gefunden oder man farm das mal ganz viel das könnte man auch mal das sieht dann ja du kannst ja wieder weg machen die torch ja 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 vielleicht kriegt auch gerade ich auch gerade mächtig gerade mal eine stunde oder was kommt mir irgendwie viel länger war mir schon fast kalt als nicht lang ist also wieso kann man aus handy gucke ja jetzt ein stopp auf mehr schon wieder verbraucht 1 2 3 7 7 und noch und oben noch komplett alles jackpot ich hab's dir ja gesagt das sind echt diese 500 noch was ja aber das waren jetzt acht stacks in den einen wurde im sport einsortiert was man für die pipe das kann natürlich passieren geht doch gar nicht ist da denn ein battle drin wenn ich gerade einen sattel reingeschmissen habe es ist aber noch nicht mal ein system angeschlossen ok doch von unten kommt das das geht durch die springer durch durch die ganzen box und dann landet das oben ich bin nur da und da verbinden das ist praktisch ich bin nämlich noch heute hoch dann flutschen jetzt sattelrüstung und goldrüstung da alles durch weil du den ganzen schutz da rein hier hinten nicht rausholen musst danke habe ich das system so verbunden ja aber das heißt nicht dass du jetzt all den ganzen scheiß da rein schmecken ich habe keinen platz mehr in den rucksäcken das fehlt mich doch nicht mich aber nein doch und was ich nicht mehr haben will kommt weg hm mich auch doch der ist doch so der schutt muss weg ich glaube ich nehme das was da drin ist oder ich bastel mir einfach blaze ich wusste dass das kommt ich erkenne ist nicht ist einfach nicht einfach scheiße das stimmt jetzt müsstest du nur noch ein loot auf dem schwert haben ich weiß gar nicht 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 aber das war ja klar ich bin schon wieder froh jetzt ist das ein blaze spawner? ja, ist einer ah! meine foot brennt gleich warum brennt denn die foot halten? oh hier muss man raus leuchten wenn ich hier kabel verlegen will muss man noch eins mehr machen ne, mach ich dann später du 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 Kann das cover, ne? Ist da noch einer an? Plastik-Word Da kann das gefunden sein dann Ja Ich auch Fein, so Ist mir raus Stunde um Stunde 15 um Hm Machen wir hier weiter Wenn der hoch geht, dann freut er es gar nicht, hm. Ja, und da durch die nächste Ebene immer die anderen Draws ineinander verbunden ist, dann wandert er es ja noch her, dann brauche ich das eigentlich nicht verbinden. Mit dem Pipe, nur zum raussortieren, wieder. Ganz praktisch. Trotzdem ist es dick weg. Brauche ich doch einen, leck mich doch. Ja, naja. Ja. Wir sind schon mal fertig. Dann so, sag, sag, guck mal. Dann. Fünf Play-Swats. Oh, jetzt spawnen wir zwei, oder was? Das ist ganz praktisch, dass wir sie nicht verbinden haben wir. Wie wir werden mit dem. Bei den Hoppadas, wäre es eigentlich ganz geil. Wenn man mehrere Ausgänge machen kann. Mhm. Geht leider nicht. Aber egal. Ist halt so. Ist ja okay.